Heute Abend bei Super Reality TV, das große Finale. Sie haben die Wahl, da einfach jede Stimme zählt. Für Melissa die Eins, für Kevin die Zwei. Heute Abend bei Super Koch, das große Finale. Für das Händchen wählen Sie die Eins, für Meeresfrüchte die Zwei. Vergessen Sie nicht, heute sind Europawahlen. Ihr habt für sie abgestimmt? Dieses Mal wähle ich! Und nun stimmt für euch selbst ab. Europawahlen am 26. Mai 2019.